Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über die Brands des Jahres 2022. Denn in 2022 war ja nicht alles schlecht. Es gab ein paar Marken, die richtig einen rausgehauen haben. Für mich persönlich Marken, wo ich sage, what? Die haben mein Jahr definitiv bereichert. Und welche das sind, das erfahrt ihr in dem Video. Bleibt drin, es geht direkt los. Natürlich gab es einige Marken, die einfach so einzelne Megaprodukte rausgebracht haben. Ihr habt ja meine Jahresfavoriten gesehen, zum Beispiel, was der Oberhammer war dieses Jahr. Habe ich das überhaupt in meinen Jahresfavoriten mit aufgenommen? Ist das schon so lange her, dass ich die gedreht habe, dass ich gar nicht mehr weiß. Von Make Up For Ever, diese Facepalette, Hammer. Das war natürlich toll. Dann Nabla Angel Aura Primer war natürlich der absolute Hammer. Es gab mega tolle Sachen von Linda Halberg. Es gab ganz tolle Sachen von Natascha Denona. Also sie hat dieses Jahr wieder richtig tolle Sachen rausgebracht. Aber ich habe vier Marken, die dieses Jahr wirklich für mich das Make Up Game verändert haben. Ja, um es mal so zu sagen. Und zwar fangen wir an mit der God Mother of Pigmentation, sage ich mal so. Denisa. Denisa Myricks. Die Marke hat dieses Jahr für mich extrem viel rausgebracht, wo ich sage, das hat mich so begeistert. Oder zumindest habe ich die Sachen dieses Jahr kennengelernt. Manches gab es ja vielleicht schon vorher. Aber was einfach dieses Jahr mein Make Up verändert hat. Zum einen wirklich toll. Chrome Flakes. Hammermäßig. Dann natürlich die Lightwork Volume 4. Brauche ich auch gar nicht mehr so oft drüber reden. Der absolute Hammer. Aber was auch wirklich herausragend ist, ist ihre Foundation. Ich glaube fast die beste Foundation des Jahres letzten Jahr. Wirklich sagenhaft, wie die auf der Haut aussieht. Haltbarkeit. Finish. Deckkraft. Mega. Der Primer ist toll. So viele absolut geniale Produkte, die DINASA Myricks letztes Jahr rausgebracht haben. Deshalb gehört sie auf jeden Fall zu meinen Top 4 der Brands letzten Jahres. Also Hammer. Einfach fantastisch. Dann noch eine Frau. Und zwar Jamie Genevieve. Heißt sie, glaube ich. Oh Gott, das ist bestimmt immer falsch. Sie ist auch eine YouTuberin. Sie hat einen YouTube-Kanal. Und ihre Marke VEVE habt ihr dieses Jahr, letztes Jahr, letztes Jahr, so häufig bei mir gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Hammer. Ich bin ganz begeistert. Also ich bin begeistert. Ihr habt sie ja in meinen Favoriten gesehen von den Lidschattenpaletten. Die sind traumhaft. Ihr Puder ist toll. Ihre Blushes sind toll. Ihre Bronzer sind toll. Der Concealer ist... Eigentlich gab es jetzt nichts. Ich habe den Highlighter liegende Gefällt mir nicht so. Kurz zeige ich euch demnächst nochmal. Bis auf den Highlighter, den ich ausprobiert habe, fand ich eigentlich alles wirklich toll. Und es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, die Marke zu testen. Deshalb gehört die auch auf jeden Fall unter meine Marken 2022. Dann eine weitere Marke eines YouTubers. Und zwar von Patrick Star One Size. Ich meine, im Sommer und im Frühjahr und im Herbst habe ich ja von kaum was anderem geredet. Erstmal diese BB-Tinted Balm Schubidu. Wahnsinn. Ehrlich, ich verlinke euch mal das Video zu den Sachen. Und ich habe immer, wenn ich diesen Balm getragen habe, dachte ich so, okay, sagenhaft. Matt, aber hammermäßig. Also wirklich, eure Haut sieht damit sowas von spektakulär aus. Ich finde das auch eines der geilsten Produkte des Jahres. Es gab viele geile Sachen, muss man echt sagen. Die Blushes, die Bronzer. Wahnsinn. So, 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 so toll. Dann habe ich mir jetzt Liquid Eyeshadow, auch richtig toll. Also ganz, ganz viele Produkte, die echt herausragend toll waren. Deshalb gehört One Size auch auf jeden Fall dazu. Und ihr wisst, welche Marke jetzt noch kommt, oder? Da habe ich jetzt schon so viel drüber geredet. Und das ist auch für mich die Überraschung echt des Jahres. Charlotte Tilbury. Weil, schaltet mal zwei, drei Jährchen zurück und ich sage zu euch, Charlotte Tilbury, total überbewertet. Alles überhaupt nicht so toll und gefällt mir nicht so. Das hat sie letztes Jahr komplett geändert. Also sie hat Sachen rausgebracht, wo ich sage, sowas von geil. Weil, also ehrlich, der Bronzer, der normale Bronzer, den habe ich mir jetzt, hatte ich mir ja noch mal dieses Jahr oder letztes Jahr in einer anderen Farbe geholt. Auch der gefällt mir nicht wirklich. Der Cream Bronzer ist so toll, wirklich toll. Aber ich benutze ihn nicht. Das ist so ein bisschen das Problemchen. Dann hat sie aber rausgebracht. Die Foundation. Wahnsinnig gut. Dann habe ich ja diesen UV-Flawless-Flawless-Lawless-Schubidu-Primer. Mega. Der Hollywood-Flawless-Filter. Ich weiß nicht, ob wir... Irgendwie finde ich es geil und irgendwie benutze ich es nicht. Ob wir wirklich noch mal so richtig zusammenkommen, weiß ich nicht. Trotzdem, ich weiß, dass viele den mögen. Das Puder ist toll. Dann hat sie rausgebracht den Concealer und das weiße Puder. Das waren für mich beides leider Fails. Der Concealer hat extrem Glitzerstückchen drin und das Puder macht einfach nur weiß und trocken. Das ist nicht so toll gewesen. Aber dann kam sie raus mit den Face-Paletten. Halleluja, Leute. Die Face-Paletten sind ja wohl so schön. Die Blush-Paletten aus der Holiday Edition. Genauso wie diese Popshots. Die Einzellidschatten. Traumhaft. So schön. Ich habe sonst weiter. Ich habe zwar eine Lidschattenpalette, aber vielleicht werde ich nächstes Jahr mal gucken, was sie an Lidschattenpaletten so zu bieten hat. An den großen. Ob da irgendwas mich richtig hart anspricht von der Farbkombi. Da werde ich auf jeden Fall noch mal eine testen. Also es muss auf jeden Fall sein. Dann die Lippenstifte von ihr. Also wahnsinnig tolle Lippenprodukte hat sie. Dann zum Schluss jetzt der Highlighter. Was soll ich sagen? Also Charlotte Tilbury, finde ich, hat das so reingehauen letztes Jahr. Es gab so viele Sachen, die mich überzeugt haben. Und ich freue mich echt auf Releases von ihr, weil, wie gesagt, eigentlich hatte ich die Marke komplett abgeschrieben. Also ich habe gesagt, nee, komm, ist nichts für mich. Aber letztes Jahr hat sich das total geändert. Und ja, das war es auch. Das ist das Ende des Videos. Lasst mich bitte mal wissen, was waren eure Brands des letzten Jahres, wo ihr sagt, also von der Marke war so viel so toll. Lasst mich das wissen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.